Musik High Five, Low Five und wenn du Muntour immer noch auf dem Tisch steht, dann herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, der Kritzodat von InYourFaceGaming und ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video. Ich bin stinksauer. Und zwar bei mir hat das Studium vor zwei Wochen angefangen und ich muss pendeln, weil ich leider nichts gefunden habe in Stuttgart. Stuttgart ist ja mittlerweile eine der schlimmsten Städte in Deutschland, was Wohnsituationen angeht und mich hat's leider erwischt. Ich meine, bei meinem Studiengang fliegen 95% der Bewerber raus, aber ich finde leider keine Wohnung. Das ist echt traurig. Aber jetzt zurück zum Thema. Und da ich ja pendeln muss, bin ich ja auf unsere glorreiche deutsche Bahn angewiesen, die mich von meiner Haustür im Idealfall zu meinem Studienplatz bringt. Dummerweise funktioniert das in 99% der Fälle einfach gar nicht. Abgesehen von den Streichs letzte Woche gab es keinen einzigen Zug im regulären Fahrplan, der pünktlich war, den ich genommen habe. Die hatten alle mindestens eine Verspätung von einer Viertelstunde. Ich weiß nicht, ob das mit der Baustelle zu tun hat. Jedenfalls ist es tatsächlich so, es kommt kein einziger Zug pünktlich. Mittlerweile kann ich jeden Menschen da draußen, der sich über die Bahn aufregt, allzu gut verstehen und nachvollziehen. Früher war es ja so, ach komm, die regen sich doch alle nur auf. Die brauchen nur irgendwas, um sich zu beschäftigen. Ich meine, ja, das Berufsleben ist hart und so, jeden Tag Zugfahren nervt, aber mittlerweile habe ich echt das Gefühl, dass die Bahn einfach nur inkompetent ist. Klar, die haben viele Züge und es ist ein sehr breit gefächertes Schienennetz. Und man kann nicht überall und allerorts gleichermaßen dafür sorgen, dass alles funktioniert, obwohl es ja eigentlich der Fall sein müsste. Denn wir als Deutsche sind ja bekannt für unsere Ordnung und Disziplin seit den 39er Jahren. Dummerweise ist bei der Bahn von dieser Geschichte leider nicht zu sehen. Ich meine, klar, Kriegstrauma hin oder her, aber funktionieren sollten die Dinge schon halbwegs. Und Leute, Dienstag war ja dieses komische Unwetter, von dem ich persönlich in Stuttgart nicht so viel mitbekommen habe. Klar, es hat ein bisschen gewindet und so. Und dann, abends denke ich mir nichts Böses, wir hatten eine Infofahrenstattung, die war irgendwie um sieben und dann war sie viertel nach acht zu Ende. Lauf ich zur S-Bahn runter, also zur U-Bahn, Stadtbahn, das ist ja auch so eine Sache in Stuttgart, da steht U dran und das Ding heißt Stadtbahn, weil kein Mensch U-Bahn sagt, weil das Ding überall durchfährt. Ist ja auch egal. Ich komme da hin, kommt eine Durchsage, aufgrund von witterungsbedingten Schäden an den Leitungen könnte es zu Verspätungen im gesamten VVS-Gebiet kommen. Denke ich mir so, super. Dann war ich umso überraschter, dass meine Stadtbahn, ich wollte gerade schon wieder U-Bahn sagen, pünktlich war. Und dann bin ich zum Bahnhof getuckert und dachte mir nichts Böses. Ich komme an den Bahnsteig, denke mir, okay, gut, in einer halben Stunde kommt mein Zug, sitze da, halbe Stunde rum, was kommt? Liebe Damen und Herren, aufgrund von witterungsbedingten Leitungsschäden verzögert sich die Ankunft des Zuges um zehn Minuten. In zehn Minuten kam der Durchsage, aufgrund von witterungsbedingten Schäden an Leitung verschwärtet sich unser Zug um 20 Minuten. Und es war halt irgendwie so neun oder so in der Zug, hätte so um halb kommen müssen. Es war 40, mittlerweile sogar schon 50, es war schon zehn. Und dann kam irgendwie eine Durchsage, ja, Einfahrt auf Gleis 1, ihre nächste Anschlussmöglichkeit Richtung Ulm. IRE nach Ulm, ursprüngliche Abfahrtszeit 20.28 Uhr. Ich denke mir so, okay, dieser Zug kommt mittlerweile zwei Stunden zu spät. Gut, die sagen, das wäre die nächstbeste Möglichkeit nach Ulm zu kommen, also auch IRE ist doch schön, fährt man nur eine Stunde, rennen alle Menschen von Gleis 14 auf Gleis 1, steigen in diesen scheiß Zug, bleiben da eine Viertelstunde drin sitzen und dann kommt die Durchsage, ja, dieser Zug fällt leider aus, ihre nächste Anschlussmöglichkeit RB Richtung Ulm von Gleis 15. Alle Menschen rennen auf Gleis 15. Und es war einfach mittlerweile halb zwölf. Ich glaube, ich bin einfach fünf Minuten vor dem letzten RB Richtung Ulm aus Stuttgart weggekommen, weil ich einfach über drei Stunden an diesem scheiß Bahnhof stand. Abgesehen davon, dass es arschkalt war und gewindet hat, haben die ja dieses ganze Ding da abgerissen und Alter, da zieht's übelst. Also mein ganzer Oberkörper, alles ist verspannt. Ich hab Halsschmerzen und alles. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Auf jeden Fall, ich bin richtig krank. Pendeln ist ein hartes Unterfangen. Wenn ihr studiert, fangt auf jeden Fall früh genug an, ein Zimmer zu suchen. Meldet euch bei den Studentenwerken an. Hab ich zwar auch alles sehr, sehr früh gemacht, hat bei mir leider irgendwie nichts gebracht. Ich hoffe, ihr da draußen, die zwangsweise umziehen müssen wegen eurem Studium, habt mehr Glück als ich. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war jetzt ein spontanes Rage-Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, ich meine, ich fahre jede Woche hin und her und es passiert einfach jede Woche irgendeinen Scheiß, würde ich mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr so in letzter Zeit mit der Bahn erlebt habt, was ihr so treibt in eurer Freizeit oder wie ihr halt ansatzweise mit der Bahn zu tun habt. Studiert ihr auch in einer anderen Stadt und habt nichts gefunden. Das würde mich auf jeden Fall alles brennend interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer Kritzordat. Euer Kritzordat.